. 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 Bis gleich! Yeah, wir sind ja ready! Geh geil los! Jo, wir sitzen in der Gondel Fahren auch für die Steinbergbahn, wie man sehen kann Wir freuen uns schon irrsinnig, oder? Ja! Das wird jetzt richtig geil, das Wetter passt eigentlich auch ganz gut Wir sind in tipptopp Zustand, hoffen wir Und jetzt werden wir es dann angehen Ja, wir sind jetzt herum Wir werden uns jetzt die Steinbergbahn anschauen Und werden uns jetzt einmal gemütlich eingewufen Es ist ein bisschen windig und ein bisschen kühl Komm, stürzen wir uns jetzt rein, damit es warm wird Jo, gehen wir es an? Ja! Ja! Der war auch gut! Der war auch gut! Ja! Wuhu! Geil! Ja! Ja! Jetzt machen wir den Flo-Leg! Here we go! Ja! Oh! Ja! Wuhuu! Ja! 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 Ja, boah! hey ja wie geil ja ja Ich fahre schon ein bisschen weiter hinter. Du musst weiter hinter? Ja. Okay, das geht schon. Ich muss ja in die Clips reinkommen. Jetzt kommt der Kolbe wieder auf. Woh! 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 Wuhu! Hurra! 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 Wuhu! Hurra! Was war dieses? Oh, wie top! Was ist das auf Kamera? Ich auch, wie müsste es auf Kamera sein, ja? Das war das Schiff aus der Idee. Wuhu! 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 Alter, da kriegst du das Biet drauf. Der Autos ist voll aufgerissen. Und der Ding auch. Da hast du meinen Nasen gehabt. Krass. Und er ist auf der Suche nach seiner Endkappe. Es ist keiner gekommen. Hatte noch mal Glück. Da kann man schön drüber fahren, oder? Ach du? Hey, gib! Oh, ja da! Ha! 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 Ja, und weiter geht's. Der andere ist richtig geil runter, ja. Oh, Alter! Ein bisschen ausschießen tu ich mich schon noch. Okay. Alter! Der andere ist nicht so. Der andere ist nicht so. Falsch. Bleib gesprungen. Mal hat mal Glück gehabt. Einfotor lieber mehr langsam. Einfotor lieber mehr langsam. Ja passtja. Ja. Wenn das padd LEB PO war. Ja. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Ingo. Oh. 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 Whoa. Ah, oh ja. Oh, ah, oh, ah. Okay. Ich bin mir reingefahren diesmal. Ich bin reingefahren, ich bin reingefahren. Ich bin reingefahren, ich bin reingefahren. Ich bin reingefahren, ich bin reingefahren. 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 Ich habe noch ein paar Abgeschüffungen geholt. Und was viel schlimmer ist, die Kamera nicht auftrat. Die GoPro hat den ganzen Tag gespült. Keine Ahnung, was das war. Ich hoffe trotzdem, dass ein paar nette Bilder dabei waren und dass euch das gefallen hat. Lasst mir ein Like da oder abonniert den Kanal. Schreibt es ein paar Kommentare. Wir freuen uns demnächst wieder, oder? Absolut. War nicht das letzte Video, was wir im Einzelnen gemacht haben. Gut, dann bis zum nächsten Video, nächste Woche. Euer Triergubi. Trommel und �ommst den Kanal. Vielen Dank.